Beachte bitte unseren Disclaimer. 20% Rückgang der SAP Aktie, wir müssen reden. Hi, ich bin Philipp von Modern Value Investing und wir wollen dich dabei aktiv unterstützen mit Investmentideen mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentideen mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal und aktiviere die Glocke und wir starten jetzt mit SAP. Viel Spaß! Was sind die Fakten? Das Unternehmen wurde 1972 gegründet, hat ihren Sitz in Waldorf in Deutschland. SAP hat ca. 133.000 Mitarbeiter, ist natürlich in der Softwarebranche tätig. Der CEO ist Christian Klein. Was ist eigentlich das Geschäftsmodell von SAP? Die Abkürzung von SAP ist System, Anwendungen, Produkte. Und SAP ist der weltweit größte Anbieter für Entwicklung und Vertrieb von integrierten Softwarepaketen. Wie ist eigentlich die Aktionärstruktur? Die Familie Plattner hält noch 5,89% aller Aktien, Familie Hopp 5,04%, SAP hält 3,07% aller eigenen Aktien, die Vanguard Group 2,8% und die Norgas Bank ist der 5 größte Anteilseigner mit 1,95%. Was finde ich gut? Ich finde es gut, dass die Gründerfamilien hier noch einen geringen Anteil halten und wir nicht ein Unternehmen haben wie z.B. Beiersdorf, wo eine Familie noch über 50% der Anteile hält. Schauen wir uns an, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? Es gibt zwei Segmente bei SAP. Einmal Verkauf von Softwarepaketen 83,5% und Dienstleistungen erwirtschaften 16,5% aller Umsätze. Was sind Dienstleistungen? Das sind z.B. Mitarbeiterschulungen. Wo werden eigentlich die Umsätze erzielt? 33% in der USA, in Europa, Middle East und Afrika 29,6% aller Umsätze, in Deutschland 14,3% aller Umsätze, Asia Pacific 11,2%, Americas 7,7% und Japan 4,3%. Wie hat sich eigentlich der Chart entwickelt? Und wir sehen es, vor 5 Tagen standen wir noch bei 130 Euro und wir sind jetzt bei knapp 100 Euro angekommen. Wir hatten einen 52-Wochen-Hof bei 142 Euro, also wir sind über 40% unter dem 52-Wochen-Hoch. So kommen wir auch zu den Chancen und Risiken und in dem Risiko liegt auch gleichzeitig die Chance, nämlich der SAP Softwarekonzern hat heute Morgen überraschend im dritten Quartal seine Marge steigern können, aber seine Prognose für die Jahre 2020 und 2023 gesenkt. Dennoch spiegelt vor allem die Umsatzbelastung im Bereich Cloud und Lizenz und das ist das, was SAP in Zukunft forcieren möchte, eine wesentliche Rolle. Hier wirklich Chancen und Risiken. Man möchte natürlich auf Wachstumskurs bleiben und auch ein Wachstumsunternehmen bleiben. Ob man das so sehen möchte, ich bin hier eher skeptisch, es ist schade, ich dachte immer, SAP wäre ein Corona-Profiteur. Schauen wir uns jetzt an, was ist eigentlich die Peer Group? Wenn du darüber nachdenkst, in SAP zu investieren, schau dir auf jeden Fall einmal an Oracle, Salesforce und auch Microsoft, weil sie sind auch im ERP-System mit dabei oder mischen auf diesem Markt mit. Jetzt kommen wir zum OTC-Aktien-Screener und schauen uns einfach mal die fundamentalen Daten dazu an. Wir sind auf aktienscreener.com, gehen natürlich auf Login, melden uns an, weiterleiten und heute sprechen wir, wie schon erwähnt, über SAP und ich bin gespannt, wie sich das Unternehmen in den letzten Jahren doch so entwickelt hat. Erstmal sehen wir natürlich jetzt hier Qualitätsscore, Dividendencheck, alles ist jetzt erstmal außen vor, weil wir haben hier so einen signifikanten Kurssturz. Stell dir mal vor, du hättest 1.000 Euro 1998 investiert, dann wären aus diesem Unternehmen oder aus diesem Investment 3.201 Euro geworden, das ist nicht wirklich viel, aber die Performance der letzten 10 Jahre, 10,37%, also Fastgrower. Schauen wir uns das alles bei Professional an und hier sehen wir auch noch die alten Schätzungen, auf diese können wir jetzt aktuell natürlich nichts mehr geben. Wir sehen die Umsatz- und Gewinnentwicklung und wir sehen, ja, der Umsatz steigt, 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 klar, es sollte jetzt erstmal weniger werden, dafür sollte aber die Marge steigen und auch der Gewinn, weil wir jetzt hier ins Cloud-Geschäft gehen, aber auch das passiert nicht wirklich. Wir haben für 2020 eine geschätzte operative oder eine Nettogewinnmarge von gerade mal 9% und wir hatten 2011 ein Hoch von 24%. Wie schaut es mit der Dividende aus? Und hier sehen wir natürlich die Dividenden steigen, steigen und steigen, sie werden aber schon wieder prognostiziert für nächstes Jahr, dass es zu einer Kürzung kommen soll. Das bleibt spannend, wie es hier aussehen wird. Wir sehen, die Ausschüttungsquote soll auch wieder runtergehen, was natürlich davon oder damit zusammenhängen sollte, dass die Dividende laut Analysten vermutlich gekürzt wird. Wie ist es bei der Bilanz? Und hier sehen wir, wir können Bilanzsumme aufbauen. Die Verschuldungsquote ist auch in Ordnung, wir sind so bei knapp unter 50%, auch wenn wir Gesamtverbindlichkeiten aufbauen, aber Eigenkapital ist auch genug noch vorhanden. Der Petrovski F-Score, 5 von 9 möglichen Punkten und hier sehen wir es auch nochmal. Also Umsatz geht sehr, sehr schön nach oben, aber Ebit, naja, es ist doch schon eine gewisse Stagnation, die wir hier sehen. Wir sehen hier unten bei der Bilanz, wie sich das Anlagevermögen entwickelt hat und das sehen wir mit Daten seit 1997. Also du kannst dir hier auch nochmal wirklich schön anschauen, wie hat sich alles entwickelt, das Eigenkapital, das Fremdkapital, wie sieht es eigentlich beim Ebit, beim Gewinnen, bei der Dividende und natürlich auch beim EPS aus. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt zurück zur Präsentation. Auch heute gibt es natürlich wieder für dich wie immer den Zuschauervorteil. Als Modern Value Investing Zuschauer erhältst du den OCT Aktien Screener für einen Monat für 9,99 Euro. Anschließend ist er natürlich auch monatlich kündbar. In diesem Screener findest du über 20.000 Aktien, unterhältst ihre Scores, Bilanzen und Kursdaten und das alles werbefrei. Einen Link dazu findest du natürlich in der Infobox. Der Link ist ganz einfach www.aktienscreener.com.mvi. Machen wir weiter, was sagen eigentlich die Analysten? 16 Analysten raten kaufen, 9 Raten aufstocken, 3 halten, 2 reduzieren, 2 verkaufen, einer ist noch ohne Meinung. Wichtig ist jetzt aber, du musst ganz genau wissen, die Analysten haben ihre Schätzungen noch nicht revidiert. Das ist noch ein Ausblick von gestern. Der Abstand zum höchsten Kursziel beträgt aktuell noch 44,1%, zum durchschnittlichen Kursziel 19,2% und zum niedrigsten Kursziel 35,9%. Wie sind eigentlich die Aussichten? Und wir sehen, Analysten haben immer noch gedacht, sie rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn und auch steigender Dividende für die Aktionäre. Und ich würde jetzt auf jeden Fall abwarten, wie sehen das jetzt die Analysten, also die Profis in Zukunft? Jetzt möchte ich dir noch einmal ganz kurz unseren Aktien-Podcast ans Herz legen. Diese Woche sprechen Marcel und ich darüber, was würde denn passieren, wenn die Tech-Giganten zerschlagen werden würden. Du findest den Podcast überall, wo es gute Podcasts gibt und natürlich auch die Links dazu in den Shownotes. Jetzt kommen wir zur Einteilung nach Peter Lünsch. Und aktuell könnte man noch davon ausgehen, dass SAP ein nicht-zyklisches Unternehmen ist, ein Fastgrower. Das heißt, wir haben ein Gewinnwachstum über 10%, wenn man die Dividende noch mit dazu addiert. Er würde empfehlen, buy and hold. Dennoch möchte ich heute schon darüber sprechen, was ist, wenn SAP dieses Wachstum nicht halten kann. Und wir schauen uns die Checkliste deswegen an für Average-Grower. Fangen wir direkt an, erstmal mit der Checkliste für Investoren. Punkt Nummer 1, haben wir ein verständliches Geschäftsmodell? Ja, das haben wir. Es macht Systeme für Unternehmen. Ich persönlich kenne SAP auch und ich finde es klasse. Deswegen Schulnote 2. Punkt Nummer 2, glaube ich, dass das Unternehmen in 15 Jahren erfolgreicher sein wird als jetzt? Ja, ich glaube das. Wir haben einmal die Digitalisierung und die Globalisierung sowie die Vernetzung der Industrien, die SAP einfach hier in die Karten spielen. Also Schulnote 2. Kennen wir die Segmente? Ja, wir haben es gerade gesehen, es gibt zwei Stück. Einmal den Verkauf von Software. Hier jetzt natürlich geht man weiterhin in das Abo-Modell. Und das Schulen ist auch mit knapp 15 bis 16 Prozent Umsatzanteil mit dabei. Erzielt das Unternehmen Umsätze und Gewinne in Währungen, in denen wir investiert sein wollen? Und ja, und wir haben hier eine globale Aufteilung. Das finde ich super. Schulnote 2. Na, Peter Lynch, wie gesagt, glaube ich jetzt, dass wir jetzt ein Average-Grower haben. Das heißt, wir haben ein Gewinnwachstum unter 10 Prozent. Dazu gibt es eine mittlere Dividende. Und er würde empfehlen, betrachte nochmal das KGV. Und das schauen wir uns jetzt doch mal an. Hier ist natürlich ganz wichtig, wie ist das Wachstum? Und das Wachstum war bisher laut Analysten 9,32 Prozent beim Gewinn plus 1,43 Prozent Dividende. Und das, naja, man wäre hier noch ein solider Fast-Grower. Aber hier ist wirklich dieses Risiko, das Abflachen unter 10 Prozent. Und das sehen wir jetzt wahrscheinlich. Und deswegen ermitteln wir mal das historische KGV. 26,1. Für 2021 sind wir bei 26,9. Und für 2022 bei 23,4. Hier gibt es von mir Schulnote 4. Wieso nur Schulnote 4? Du musst damit rechnen, dass der Markt jetzt bereit ist oder nicht mehr so viel bereit ist zu bezahlen für SAP, wenn sich das Wachstum abflacht. Deswegen könnte man hier davon ausgehen, dass das KGV auch langfristig erstmal sinken wird. Ob ich kaufen würde? Nein. Und das ist auch der Grund. Wir haben ja ein zu hohes KGV. Und der Abschlag ist mir noch nicht groß genug. Was wäre die Hausaufgabe? Betrachte jetzt hier wirklich das KGV. Lies die Geschäftsberichte. Schau dir an, was Analysten sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du dich damit wohlfühlst, dann natürlich kannst du darüber nachdenken, hier auch einzusteigen. Insgesamt haben wir hier ein gutes Unternehmen. Schulnote 2,4. Das war es jetzt mit unserer Aktienanalyse zu SAP. Wie gesagt, ich persönlich würde aktuell noch nicht einsteigen. Ich würde hier erstmal warten, wie sich das Wachstum entwickelt. Es gibt auch andere Corona-Profiteure, die mehr von Lockdowns, Shutdowns oder irgendwelchen Corona-Sanktionen auch profitieren können. Schreib du uns doch gerne mal in die Kommentare. Was hältst du von SAP? Steigst du ein? Hältst du oder wirst du verkaufen? Und jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao!